Achso, ich muss hier quasi so lange im Kreis fahren, bis ich die Zahl habe und muss das in dieser Zeit machen. Achso, aber hier sind viele Tore. Und damit dann und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Mode Spazier auf dem PC, Folge 44, wir fahren Prag, kurz rückwärts. Ich bin im Küf drin, Leute, ich bin richtig fett drin, Alter, fragt mich nicht, was mit mir los ist, ich hab Bock. Die letzten drei Rennen dieser kleinen, aber feinen Potthead Schmerz-Chartis, ist mir auch egal, wir fahren einfach mal. Und ich wünsche euch viel Spaß, heute startet wieder im ersten Gang, ist doch toll. Ich weiß nicht, was er da in den ersten drei Rennen, in den ersten zwei Rennen nicht hingekriegt hat, wo er mich halt im zweiten Gang starten lassen, bitte. Ah, der schöne Vorrat, der Golf. Ach, Reifen, die gehen mir nicht auf den Sack. Ja. Was macht ihr denn da? Wenn ihr sagt, zähigst da, Alter. So, die sind wir schon ein paar Mal gefahren, die kennen wir ja auch. Das ist eine schöne Strecke, finde ich auch, auch wenn das nicht wirklich eine Rennstrecke ist, sondern hier einfach Pflastersteine. Was soll das? Und die schönen Wände hier, Alter, wenn hier ein Unfall passiert. Wenn hier ein Unfall passiert, dann machen die doch die schöne, den schönen Stein da kaputt. Hm, ich weiß nicht, ob die das hier echt so machen, aber auf jeden Fall läuft bei denen, wenn die das machen. Was ist, wenn ein Auto jetzt hier crasht zum Beispiel und auch hier dieses Tor halt kaputt macht, das sind hier diese Pfeiler zum Beispiel demoliert. Ist doch bestimmt auch nicht so schön, oder? Jetzt mal lenken. Und auch natürlich wieder die Straßenbahn schieben. Ist klar. Da freuen sich die Reifen, gerade wenn es slick sind, Alter. Formel 1 sollte hier vielleicht lieber nicht stattfinden. So eine Strecke, immer, und dann wäre es schon okay. Ja. Schön Asphalt. Hätte man wohl weiter ausnehmen sollen. Immer noch eine Runde Zeit. Können wir mal gucken, was wir dann hinkriegen. Hier kann man aber schön Fullspeed rum, das ist immer das Schöne daran. Eine schön lange quasi Highspeed gerade mit ein paar Kofen drinne, aber, siehst du, man kann einfach, ich sag gerade dazu, man kann einfach durchspeeden. Diese paar Lenkbewegungen kriegen wir nämlich auch so hin. Machen wir sogar mal einen vierten Gang hier, warum auch nicht. Und dann haben wir jetzt auch schon wieder die Hälfte dieses Rennens. Mensch, da geht aber auch wieder flott von der Hand. Oh ja, das bringt ja auch nochmal eine Menge, wenn man die erste Kurve langsam, dann kann man die zweite nämlich schon wieder Fullspeed nehmen. Da mussten wir ja doppelter Bremse letztes Mal. Auf jeden Fall noch ein bisschen Optimierungspotenzial vorhanden, muss man sagen. Ne? Wissen wir aber bescheid. Wissen wir bescheid. Ja, ja, besser. Kann man noch besser machen, auf jeden Fall. Aber gut, ich bin ja schließlich kein Profi. Wie gesagt, wenn ich so Rennspiel-Profi wäre, also nur Rennspiele spielen würde oder so, wäre es vielleicht besser. Aber ich spiele nicht nur Rennspiele, es ist mir auf jeden Fall zu langweilig, nur Rennspiele zu spielen. Deswegen spiele ich ab und zu mal ein Rennspiel, ab und zu mal ein Horrorspiel, ab und zu mal ein Story-Spiel, ab und zu mal ein Online-Spiel. Und habe meine Abwechslung, habe eh mehr meinen Spaß beim Spielen, weil ich eh mehr was anderes habe. Es gibt ja auch Leute, also ein Kumpel von mir, der würde wahnsinnig werden bei sowas. Der mag Storys so gar nicht, der will online gegen andere spielen. Immer nur Shooter, Shooter, Shooter. Tausende von Stunden und Shootern, ja. Aber er mag das und das ist okay. Ihr kennt ihn ja sogar vielleicht vom Ark-Let's Play, Tiberius. Der zockt größtenteils Rainbow Six Siege, jetzt gerade letzte Zeit noch ein bisschen Hunt Showdown. Auch ein Shooter online, glaube ich. Habe mich da jetzt nicht so mit auseinandergesetzt. Aber er zockt auch mal sowas wie Ark, aber es ist ja auch ein Online-Spiel, eher so Singleplayer-Ark, eher nicht. Ich aber auch nicht. Aber da war es doch schon wieder, aber super. Ja, GTA Online, ne? Auch Online-Spiel, ne? Klar. GTA war, glaube ich, so eine der wenigen Ausnahmen, wo auch mal die Story gespielt hat, so ein bisschen. Aber nebenbei haben wir auch miteinander geskypt damals noch, ne? Und haben beide die Story gespielt, so, ne? Irgendwann, als wir dann durch waren, haben wir zusammen online gespielt. Ja, so ist das. Naja, die guten alten Zeiten. Es war 2015, wo GTA 5 Grad für PC gekommen ist. Sommer, Herbst 2015. War das richtig. Na ja. So, ein Lambo Muchielago. Das ist halt auch wieder so geil. 60k, Alter. Das ist doch super. Hol ich mir auch. Ich hoffe mal, dass dann auch mal so ein paar Supersportler... Bisher war es doch recht eingeschränkt, ne? Mal diese Konzept-Dinger, die waren richtig geil. Aber so richtige Supersportwagen oder so richtige DTM-Sachen oder so, die waren bisher auch noch nicht so da. Wir fahren im Severing International Race-Ready-Club-Strecke. Das fünfte Rennen dieser Saison. Ah, toll. Ich habe hier den zweiten Gang reingehauen. Rückwärtsgang, klar. Verdient, Alter. So ein Gesicht. So ein Saftgesicht. So eine Torte, ey. Bremst doch nicht. Was bremst du denn hier? Alter, will ich es sehen, ne? Ah, jetzt schuppst du dich raus, Alter. Mal sehen, wo du bleibst, Alter, hier. Was soll denn das? Bremst du einfach in der Heißbettkurve? Bitte. Oh, jetzt regnet es. Hm. Hi. Tschüss. Sehr geil. Selbst dieser Golf ist groß. Aber gleich zu dieser Kiste hier, ne? Ist ja Wahnsinn. Bisschen zu spät. Bisschen einigen geguckt gehabt. Ah, zwei Runden haben wir noch. Warst du bis nicht Erster? Wundert mich. Ich bin enttäuscht. Xe-Xis. Xe-Xs-X, Alter. Xe-Xs-X. Boah, Alter. Das kann man ja nicht mal aussprechen. Ah, klar. Entfernst du dich von mir. Komm. Hier. In dieser Kurve bremst der Typ einfach. Kann man auch sowas von Fullspeed durch. Unfassbar. So. Na gut. Eck. Ich bin Schick-Hicks, der Zweite. Schick-Hicks, der Zweite. Wer kennt's noch? Cars. Die Filme. Die Animationsfilme. Von Pixar. Wer kennt sie? Legendär. Prägung meiner Kindheit, ja? Ach, das war so schön. Damals noch. Was? Na, es war echt schön. Ich kann mich nicht beklagen. Es war schön. Ah. Ah. Ach, Meilenbein weg. Ah. Na gut. Machen wir's mal so. Heute scheint ja mit der Aufnahme alles gut zu klappen. Ich hatte gestern einmal einen Fehler in der Aufnahme, dass die irgendwie für eine Minute stehen geblieben einfach. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich hat sich der Server aufgehangen. Auf den wird ja aufgenommen. Oder hat die Netzwerkverbindung mal da. Aber Netzwerkverbindung verlieren ist eigentlich kein Argument, weil die sowieso mit einem Langkabel... Oder sind sie noch verbunden? Ich glaub, die sind gar nicht verbunden. Deswegen. Ach, so. Weil ein kurzer Internetausfall war. Aber selbst dann macht's keinen Sinn. Ist doch scheißegal, ob die Fritzbox die hat oder nicht. Weil beide Hängen waren da Fritz... Also, ich hab eine Fritzbox als Router. So. Easy. Ist ja immer bester Router meiner Ansicht nach. Und da ist, äh... Ist doch scheißegal. Wenn, dann müsste sich die Fritzbox-Code neu gestartet haben. Und dann ist natürlich die Verbindung weg, ne? Weil... Wenn die Fritzbox den Datenverkehr nicht verarbeitet, natürlich passiert dann nix. Wahrscheinlich war das so. Eine Minute kommt sogar relativ gut hin. Aber warum startet sie sich neu? Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Egal. Jetzt geht's jedenfalls wieder. Heute gab's noch kein Problem. Ich hab jetzt... Ist das die fünfte? Ne, die vierte Folge. Achso, so. Oh, na gut. Ah, easy. Solide 1.5er. Punktzahl vorne. So muss das auch laufen, auf jeden Fall. Äh, so. Mh, 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 mh. Ach. Witzel weg mit dem Quark. So, und wir machen jetzt die letzte. Wunderschöne. Das letzte Rennen. Wollte ich sagen. So, da kriegen wir sogar noch den Lambo am Ende der Saison. Ist doch super. Drei Runden nochmal. Die Jasmarina-Strecke-Südstrecke. Äh, kennen wir ja auch schon. Die Jasmarina-Genda, ja. Das ist gar nicht Südstrecke, was da jetzt der Unterschied ist. Wir werden's gleich rausfinden. Aber ich glaub, das war nicht das, was wir letztes Mal gemacht haben, ne? Das war nicht die Südstrecke. Gut, auf geht's. Wieder erster Gang. Also, mega random. Keine Ahnung. Upsi. Upsi. Oh, was schießt der denn da so rein? Das ist ein anderer Teil. Das ist auf jeden Fall eine Kürze, oder ne? Ja, bei dem Auto, ne? Klar. Das wollen die mir hier auch. Also. Ich will Kurven diesmal. Na, der Feuerwerk ist auch geil aus, ne? Die Mocha bockt richtig. Da hat man gleich richtig Lust hier, Alter. Nächste Mal rum. So. So. Ist ja in der Vereinigten Emirate, oder? Diese Strecke. Ich lass mir nie lügen. Aber ich glaub ja. Zumindest war da grad auch arabische... Gott, wie hieß denn das? Vereinig die Arabischen... Ne. Ach, ja. Ich war mit Null in Erdkunde. Sag mal so, wie es ist. Erdkunde hab ich direkt rausgewählt. Damals in der Schule, ne? Und leider muss ich auch schon damals sagen. Ist ja jetzt auch über ein Jahr her. So, dass ich mein Abitur gemacht habe. Ein Jahr schon wieder. Ey, das ist so schnell. So schnell geht die Zeit um. Boah, so 14 Monate noch so richtig fett. Er führt's ja nicht schon viel länger, Alter. Vor 18 Monaten oder so auch schon für die Prüfung gelernt und so'n Scheiß. Ja, aber vor 16 Monaten. 16 Monate kommt ganz gut hin. Schön für die Prüfung gebüffelt und so. Und jetzt schon hier ein Jahr lang. Ach, die Zeit vergeht echt zu schnell, Freunde. So ist das. Okay, gleich am Ziel. Gleich gewonnen. Oh, toll. Wir sind erst bei 15 Minuten, Mensch. Wasch da los? Megaschlecht. Perfekt. Ich glaub, dann hat was abgeschlossen. Kann das sein? Wenn ja, dann machen wir jetzt nämlich noch das Bonus-Event, würde ich sagen. Hinten dran. Ja, 6 von 6. Easy. Geil. Perfekter Sieg. 2000 Punkte. Oh, krass. Und noch ein Lambo-Muchilago obendrauf. Ich freu mich. Dann lass uns schnell das eine Bonus-Event machen. Dann können wir nämlich in den nächsten zwei Folgen die letzte Mannschaft machen. Die Open-Serie hier. Und dann werden wir schon zur Profi-Massenschaft. Ich freu mich. Cool. Boah, wieder weg von unserem Geld. Mensch. Oh, nee, noch nicht. Okay, gut. Na dann. Haben nichts gesagt. So. Und dann geht's ab. Hier, Ford Bronco. Mach mal so. Wenn man es hier drüber zeigt, handelt man sich Strafsekunden bei den Blüttchen ein. Man muss mit Präzision können und Geschwindigkeit gleichermaßen herangehen, um Festzeichen reinzufahren. Mit viel Essen stattdessen gemacht. Okay, gut. Wir fahren. Ja, die Stimmen sind so leise eingestellt, wenn ich spiele und ich kann es nicht lauter stellen, ne? Also, juck mich nicht. Machen wir noch das hier hinten dran, super. So, was müssen wir jetzt machen? Wir dürfen die nicht berühren, ne? Oh, okay. Oh, Gott. Also, Highspeed ist hier nicht. Okay. Achso, und wenn war, ja, guck mal, 20 von 143, alles klar. Eieiei. Das gibt ne Strafe. Ja, klar. Achso, ich muss hier quasi so lange im Kreis fahren, bis ich die Zahl habe und muss das in dieser Zeit machen. Achso, aber hier sind viele Tore. Okay, gut, dann... Aber finde ich auch cool. So, eine nette Abwechslung, machen wir mal wieder sowas. Wir haben schon 60 und wir haben aber... Ah, das ist ja nicht mal die Hälfte, oh Gott. Ist gar nicht so, äh, ist... Nein. Muss aber passieren, Alter. Wir haben ja nicht mal die Hälfte und ist schon weit über die Hälfte der Zeitung. Aber wir kommen hier nicht viel schneller rum, also... Der Wagen ist ja dafür gar nicht... Jetzt müssen wir mal in die Puschen kommen hier. Nein. Shit. Nur noch ne Minute. Ah, das gibt's doch nicht. Gibt's doch gleich. Ja, okay. Ist klar. Oh, toll. Ah ja, gut. Ah, ne. Fuck, 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 fuck. Ist klar. Nein. Lol. Ich hab's nicht geschafft. Ach, wir kriegen's nicht. Okay, müssen wir neu starten. Ach. Digga, ich will kein Geld dafür haben. Start's doch einfach neu. Kommen wir immer hin. Kommen wir einfach neu starten, komm. Wollen wir's natürlich schaffen. Müssen wir jetzt halt auch in dieser Folge machen. Mal mal länger. Wir müssen dann vielleicht auch mal ein bisschen langsamer fahren. Weil die ganze Zeit, die wir verschwendet haben in der Zeit, hätten wir es auf jeden Fall noch geschafft. Ich bleib im ersten Gang oder so. Ah, da. Ja, vollkommen unverdient wieder hier. Echt. Ja, grad hier brauchen wir halt ein bisschen Speed, um zum nächsten Tor zu kommen. Das ist ja... Ey, es ist gar nicht so einfach, die Aufgabe tatsächlich. Scheiße, müssen wir auslassen. Schon wieder zu viel. Hier ist es eine Minute von 4 und wir haben 3 mal 25. Was? Ja, verkackt. Und jetzt noch schlimmer. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen dann doch nochmal in den Zwischensequenzen ein bisschen schneller sein, ne? Ja? 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 Nur 10 und wir haben noch ein bisschen Zeit, super, okay, das kriegen wir doch jetzt diesmal. Komm, jawoll, jetzt. Kann man es? Ich glaube ja. Jawoll! Sehr schön. Damit, Freunde, war es das Video so gut. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter und wir gucken dann mal, was die letzte Meisterschaft so zu bieten hat. Jetzt passieren tun wir natürlich nochmal ab. Leveln aber auch. Letzte Meisterschaft Open, wir können es aussuchen, wir werden die Pagani wahrscheinlich fahren, wenn es geht. Mal gucken dann. Und dann geht es hier los in der nächsten Folge. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.